Hallo und willkommen. Hier sind wir wieder von Herzen. Ein Update über die Energie, die Frequenzen, die Situation. Der Januar ist eigentlich heute vorbei, aber trotzdem, ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir diese Verbindung haben. Wir sind am Anfang von 2023. 2023 ist eine 7. 7 hat mit Weisheit zu tun. Und so, es ist ein Jahr des Aufwachens. Ein Jahr, dass wir in unserer Einzigartigkeit sind. Ein Jahr, das sehr viel Energie hat. So jetzt schon, vom 23. Januar sind alle Planeten nach vorne gegangen. Das ist sehr unwahrscheinlich und es passiert sehr selten. So, ja, du fühlst wahrscheinlich auch, irgendwas ist am Laufen. Es sind Dinge, die muss ich jetzt tun und das ist nötig. Ganz toll, mach das, aber vergiss bitte nicht deinen Fokus. Denn der Fokus ist, was dich dorthin bringt, wo du wirklich hingehen kannst. Das andere, was toll ist, seit der Sonnenwende, Dezember 2022, öffneten sich die neun Oktaven der Frequenzen. Wir nennen das Vibe. Und das ist eine unserer Hauptgeschichten, die wir machen. Und das ist ganz wichtig, denn jetzt haben wir wirklich alle Zugriff zu diesem Vibe, zu diesen Frequenzen in den neun Oktaven. Des Wassermanns, der Aufsteigung, aber auch des großen Aufwachens. So, jetzt ist eine gute Möglichkeit, um in den Homo Luminus zu gehen und den Homo Sapien zurückzulassen. Hier im Dschungel, wir haben Chiquedas und es ist ganz interessant, irgendwann, wie die Libellen, die hängen sich irgendwo hin und dann findest du nur noch die Schale. So, da kommt was Neues raus. Und wir sind jetzt wirklich in dieser letzten Etappe der Metamorphosis. So, ich lade euch ein in dieses Jahr. Ja, es ist turbulent. Moment, viele Dinge kommen zum Vorschein, viele Dinge, die man vielleicht nicht hören möchte, aber es ist zum Guten. Und es ist ganz wichtig, dass du dich daran erinnerst. Du bist derjenige, diejenige, die die Wahl hat, die Dinge durch die Augen der Liebe zu sehen und in dieser höheren Frequenz zu bleiben, die zur Verfügung steht oder in der niedrigen Frequenz der Angst, des Arges, der Schuldigkeit und all die anderen Dinge zu bleiben. Wir sind verbunden, aber manchmal wissen wir das nicht und das macht unsere Energie sehr müde und sehr schwer. Ja, so, jetzt ist wirklich die beste Möglichkeit, um jetzt voll ins Herzen zu gehen. Nicht nur das gebrochene Herz und das Leiden des Herzens, was in dem unteren Teil des Herzens geht, sondern in den höheren, wo man die Dinge, wie gesagt, mit dem Augen der Liebe sehen kann, aber auch in das kosmische Herz. So, in der galaktischen Astrologie sehen wir jetzt ganz deutlich, dass das galaktische Zentrum, was in einer Weise ein Symbol ist für das Heilige, für das Göttliche, wenn du das sagen möchtest, dass das geöffnet ist. Und das bleibt so für die nächsten 30, 40 Jahre. So, herzlich willkommen. Was passiert hier bei uns? Und wir bekommen jetzt wieder eine lokale Präsenz, nicht wieder zum ersten Mal. Und wir werden verschiedene Dinge hier in Lamas anbieten. Entweder hier bei uns oder wo der Platz geboten ist. So, solltet ihr nach Peru reisen, lasst uns das wissen. Wir bieten hier vor Ort, Beyond Monarchy an, so jenseits der Monarchy mit 13 Einweihungen, drei davon, die von uns direkt kommen. Wir machen hier auch einen Lokai, Hobo Pono. Das ist nicht auf Vergebung basiert, sondern auf das Wort Pono. Und das Wort Pono bedeutet Harmonie, so das Wiederherstellen der Harmonie. Und das Letzte, was wir anbieten, ist wirklich das Wichtigste und das Neue. Wir bilden einen Tag an, wo man den Zugriff bekommt zu Heart Harmonic, so der Harmonie des Herzens. Die Harmonie des Herzens ist die Aufsteigung, ist, dass man wirklich in dieser höheren Frequenz leben kann und den Aufsteigungsstatus voll erfasst. So, das ist, was es jetzt hier vor Ort gibt. So, solltest du nach Peru reisen, flieg nach Tarapoto, sag uns bevor Bescheid und wir können was in dieser Richtung machen. Online gibt es in einer Weise eine Art der Sitzung für eine Person oder zwei. Auch Heart Harmonics, weil es einfach wichtig ist. Und in diesem Teil von Heart Harmonics gehen wir mit dir, mit deiner Entscheidung und mit deiner Zustimmung in die Pfade, in die Wege und die Welten deiner Seele und deiner Familie, deiner Lineage. Und dort finden wir heraus, was dich wirklich blockiert, was wirklich in den niedrigen und schweren Frequenzen liegt. Das wird dekonstruktiert und das wird aufgelöst, sodass du davon frei wirst und natürlich auch die in deiner Familie, die mit betroffen sind. Und dann bringen wir das in die höhere Frequenzen und kreieren eine neue Harmonie, die wir dir dann geben. Dies ist eine Arbeit, die machen wir alleine nach einem Gespräch mit dir und wir teilen dir immer mit, was auf dem Weg passiert. Und am Ende geben wir dir praktisch diese neuen Heart Harmonics, sodass du anders leben kannst. So, das ist das Wichtigste vielleicht, was wir im Moment tun. Und nicht so viel in deutschem Moment, aber privat können wir immer gemeinsam arbeiten. Und sicher, wenn du hier kommst nach Lamas, wir machen das auch in Deutsch. So, alles Liebe. Was habe ich noch vergessen? Unsere Kraft- und Geistestiere, die sind auch auf unserer Webseite. So, ich schreibe die irgendwo mit rein, damit ihr das auch sehen könnt. Und du kannst die kaufen, sodass die Geschichten, drei Geschichten und die Klassen sind auch in Deutsch. Sodass der Kolibri, der Tuatara und ich glaube Metti, Metti, das Faultier. Und ihr könnt dort entweder die Geschichte kaufen oder das ganze Album. Diese Kraft hier helfen dir, um wirklich die höhere Frequenz zu leben, um diese Entscheidungen zu machen, um diese Einsichten zu haben, die dich voll harmonisieren mit diesem neuen Zeitalter, das wir jetzt gemeinsam einleiten. So, alles Liebe von mir, von meinem Herzen, in deins. Bis bald.